hallo herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von aqua days und wir sind in unserem Haus sehen, welche sind so schön gebaut, nur Dachfehlen und das machen wir auch diese Folge ist dass mir fehlt nur eine Sache und das ist ein Axt, irgendwas sowas mäßigen mit Axt also das nehme ich holz mäßiges haben wir ja wahrscheinlich nicht, was haben wir hier, also Steine kann der Steine komplett aufgetragen werden, 3 Stück aber wie sehr habe ich kein Hals, ich will auch haben und Hals, er wird arbeitslos so, ich will den Hau, äh, Haus, die Dachfehlen haben, in Folge, warte mal, ja, vielleicht wird er ein bisschen, ach, das Creeper, super das Wasser sollte ja nix uns einrichten, äh, also machen ja gut versuchen wir, das wir können zweimal schlauen, also nehme ich dies auch ok, das wäre nicht so real, wirklich schlau, was er mir hier macht, diesmal ich muss irgendwie das zumachen, sonst wird ja echt etwas drüber äh, ja, hier sind wir da das haben wir ein bisschen, das brauchen wir Stöcke Stöcke, das mache ich rein und, ok, das ist ein Punkt, ok nein das ist ein Punkt das ist besser ja weiter und, ja, Schwert und Axt und, ich glaube, hier wird es besser, wenn wir essen das statt hä also also zack, zack, zack also, Nummer 1 toll und, was ist der nächste, äh, äh, Baumchen, da ist Baumchen er will abgehackt werden wahrscheinlich von uns hey das haben wir schon, zack, 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 fertig schon und, ja, das ist gut, dass wir haben volle Rütteln, sogar 15 schon läuft bei uns ich guck mal, vielleicht mit anderen Holzmännern, sonst wird es so langweilig naja, egal hab ich so viel größer, werde fertig endlich also voll, ich will unbedingt in dieser Folge, dass unser Haus wird fertig oh, scheiße, das war nicht weh von dem Holz Sonst werden sie katastrophäen sage ich so so das noch, nein nein, das kann ich noch nicht aufbauen wir springen da drauf weil, könnte es sein, wir müssen später noch einmal springen weil der Baum ist so stark gewachsen sagen wir so fangen wir sehr, 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 viel von den Bäumen mit ab ok der Tag ist langsam um, wie sehr so haben wir Erde keine Erde super besser können sie nicht laufen ich meine Wissner die Kies wäre auch nicht schlecht aber ich weiß nicht, ob es sich landen würde überhaupt ah, ne ich kann die Steine verspüren also später baue ich die Gesäuhe weg genau, gut ja oh ich sehe ich schon auf du heile die Gesäuhe das haust ich ja jetzt haben wir und nächste bitte in dem Holz haben wir eigentlich genug langsam werden wir ja gleich vielleicht bisschen bremsen oh, ich sag nicht euer Ernst jetzt so hoch bist du jetzt 30 gut oh, da haben wir was sehe ich schon 25 Bäumen schon mehr 30 ein ah, ja, haben wir schon 31 gut so hoch ist es nicht mal sowas bauen wie das sowas genau jetzt sieht viel wahrscheinlich besser wie es sieht nicht schlecht aus So Das ist nicht das, dass wir den Besorgen gerne finden hier Ich glaube schon Machen wir so Zack 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 Das muss man jetzt abhacken Ich habe gedacht es ist runter wieder reingefangen Oh oh Der Tag glaube ich ist gleich vorbei Ich weiß nicht, der Tag wird vorbei Wir haben diesen Dauern Wir werden jeden Tag So Das und Hier glaube ich Genau Wie ist das abgeholt Zack 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 Das ist unten Das kann ich unten Das kann ich durchsehen Das ist Und Scheiße, nach oben, nach oben, ich will nach oben schlafen, bin ich schon, so, haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, auch nicht viel, aber haben wir noch ein bisschen Zeit, das ist gut. Können wir vielleicht schon noch was abbauen, bevor ich werde, ein dubbel, würde. Noch ein bisschen mehr. Puh, das haben wir schon. Nee, das ist scheiße. Ich dich, vor ich dich, das ist hier. Bauen wir ab. Da ist rein und, äh, und nein, und das ist... Ach, das ist gut. Ist nicht gut. Ohne Dach, super. Hm, was machen wir hier, was machen wir, was machen wir, was machen wir, was machen wir? Ja. Einen Axt, oder? Sonst, nichts anderes. Das schaffe ich noch. Einen Druck. Nee, ich will noch was abbauen. Diese Kacke. Oh, die alles. Scheletten, Zombies, alle kommen. Ich brauche schon nicht so viel. Aber immerhin, würde ich sagen. So. Ups. So. Fertig. Das ist, ich glaub... Ist nicht so gut. Ah, ist schon gut, weil ich die Agentschun raus reihe. Wir werden gleich tot. So. Gut. Prima. Und jetzt machen wir das hier, das mache ich hier, das mache ich hier und tadaa. Das war das wirklich ein Geräusch. Ich habe mir schon noch ein bisschen Angst. Wir sollten mir eigentlich keine Angst machen, gell? Zum Monster. Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Jo, geht ab. Das ist interessant. Da komm. Jetzt ist es langsam nicht schlechter. Prob' ich. Ja. Vielleicht könnte das ja auch sehen, wie sieht das alles aus... Holz. aus Stein. Ich sage, wenn alles gleich wird, ist das ein bisschen langweilig, finde ich. Aber ja, gut. Kann man nichts machen. So sehen wir schon so ein Haus bauen. Dann habe ich schon. Irgendwann mache ich das Dach anders. Ich habe keinen Schick über dem Stück. Jetzt bin ich wohl bei bauen. Bauen. Bei bauen. Gute Deutsch. So. Und zack, 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 zack. Fest. Fertig. Fertig. Dann kam. Dann kam. Dann mach sie. Dann das. Ich glaube, da müssen wir alle zerreischen. Dann mach es dir. Dann kam. Lachen. ... Näht. So, fertig, wir sind glücklich, alle sind glücklich, yeah! So, ich könnte sagen, dass ich Pferde gemacht habe, dann mache ich hier, dann so viel, ja okay, so lang, ich passen, ich habe Holz schon weggemacht, hier habe ich Pferde im Grund, weil Holz gebrauchen, haben wir noch, haben wir noch die, 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 wie heißt das, nochmal, Sand, ja, ne, Sandstoff, vielleicht will ich noch Glas machen, ich will noch, vielleicht nächste Folge, oh, ja, nächste Folge, hier baue ich alles mit Glas, das Oben kann man einfach so durchlaufen, vielleicht, mal sehen, vielleicht, da mache ich hier auch mal ein Schlafzimmer, da mache ich noch mal einen Raum dazu, zwischen, weil sie gut aufpassen, mit Schlafzimmer und weiter, aber das ist auch eine gute Idee, mal sehen, wie das mache ich noch, aber theoretisch in unser Haus ist fertig, nur mal Fackel machen, und dazu nehmen wir Biss, und dazu nehmen wir, mal sehen, wie viel verbraucht, ne, Ajo, so viel reicht noch, und sind locker, so, älalalala, und du gehst in den Ofen, eigentlich brauche ich noch ein, sowas, so, ein Mäßiges, genau, so hier, oh, so, so, was auch hier ist, so, ja, die brauchen wir, das brauchen wir nicht, das brauche ich echt auch nicht, das brauche ich, ja, das übergebe ich, mach mir ja momentan weg, das, oh, das geht hier, äh, Schauf brauche ich nicht, Axt brauche ich nicht, das, monta auch nicht, das auch nicht, monta, das wahrscheinlich nächste Woche, äh, nächste Folge mache ich vielleicht, ein bisschen, äh, äh, Garten, sag ich, genau, oder machen wir was anderes, also, ich weiß noch nicht, muss ich mir überlegen, aber das würde ich unbedingt gut behalten, das und Fackel, ein bisschen heller machen, ja, genau, es ist üblich, wie du gehst, ja, ist gut, so, weg, hier ist echt verdammt dunkel, so, nein, Quatsch, so, so, das ist gut, so, 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 ja, gut, dann machen wir so, genau, das machen wir so, genau, das mache ich hier noch, jetzt aufsehen, ja, und nach dem Dach, machen wir auch was, gell, das wäre auch nicht so dunkel, Und so, jin die wohl hütte weiß ich nicht gut wie tan So, 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 so. Das ist ein bisschen beleuchtet, irgendwie so dunkel in unser Haus. Ups, wo war ich hier unten? So und runter. Runde Du brauchst Hunger, ne? Der Ohne scheint, woher kommt dieses verdammte Zombies in den Ball? Alter! Ist irgendwo Spawn von Zombies, oder was? Oh ich bin Opa! Juhuu! Ob nie, Gruscht taue ich wollte noch, gleiche Fager, mein ne? Langhe, das noch? Eeeeh... Und das ist eben nicht alles danach. Was ist das? A... Schneller, schneller, schneller. So. So, Leute, ich werde sagen, unser Haus ist fertig, wir sind fertig mit dieser Folge und wir sehen uns nächste Mal. Ciao!